hallo und jetzt der nächste schnipsel und ich bin schon ein bisschen weiter gekommen man sieht ich bin kräftig am spitzen gewesen ist noch ziemlich heiß und wir können jetzt mal schauen wie weit ich vorangekommen bin schauen wir mal und zwar gehen wir mal hier rein und ihr seht es sieht schon gut aus hier ist meine katze so das bett steht noch nicht das muss ich noch machen so hier ist mein computer funktioniert alles wie ihr seht internet geht auch wieder weil ich das telefonkabel hier rüber ziehen musste sondern mein alter stuhl aber da wird er noch was zu sehen bekommen beim nächsten schnipsel so hier green screen der fehlt noch sorry dass das so hallen tut aber da kann ich jetzt nichts anderes machen dann kommt dann hier so richtig platziert so hier steht immer noch mal drucker der kann auch hier stehen bleiben so ihr seht ihr die ganze kabel wie auch war ziemlich extrem so hier ist meine capture karte hier habe ich noch einen mainkarten alles hier ist meine überraschungs box das hier habe ich noch hängen gelassen ja was soll ich noch sagen beim nächsten mal gibt es dann noch ein update zum green screen und zu dem stuhl kommt auch noch was und bis zum nächsten schnipsel zum nächsten schnipsel hier und ja der umbau ist fast abgeschlossen und zwar habe ich die nacht noch hier mein stuhl meinen neuen stuhl hier aufgebaut hier und den green screen habe ich auch wieder aufgehangen aber da habe ich gesehen da sieht man da sieht man da sieht man links durch die tabelle hier sieht man durch ja so sieht das dann hier aus ja ich warte jetzt noch auf meine softboxen und dann müsste es eigentlich funktionieren mit dem green screen weil wirft schon ziemlich viel schatten drauf und alles ich habe das schon probiert ja sonst funktioniert die ganze sache nicht ja ich hoffe euch hat der vlog gefallen und ja bis demnächst und ciao 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 ciao